...von Sportquartest. Ja, und dann schönen Dank an die vollen Töten für den Fänger aus. Tja, also vielen, vielen Dank. Wir haben es über viele, viele Jahre geschafft hier in der Ost-Nation-Arena in der Ost-Pöse. Und wenn alles was zu tun ist, war ziemlich klasse, musste man hinter die Gute das Unterlassen sofort mit einer Abgrennung der globalischen Gegenstände. Ich bitte an meiner Verständnis, der VfL hat einfach das Geld nicht an der Außenstrafe zu bezahlen. Und auch gesundheitlich in Bedrückt sich gegen den, die wir eben heute im Ball spielen. Dankeschön. Die Sparkasse Osnabrück wünscht viel Spaß beim Spiel und begrüßt unsere Spieler des VfL Osnabrück. Die Sparkasse Osnabrück wünscht viel Spaß beim Spiel.